Jolle, ihr wisst ihr habt euch heute in einem neuen Video. Jetzt spielen wir... Duo... Äh... Ja... Duo-Wettkampf... Blabababababa... Denn ich bin dort zur Zeit noch ranlos... In... Ding, was ich... Platina, aber jetzt bin ich nur noch Gold... Nein, wie kann ich das sowas in? Ich traue... Ich werde einen Schwester-Lemons und safe nachher schwitzen... Und jetzt mache ich ein bisschen Silber... Nein... Nein, nein, keine Chance... Buh, bum, bum... Tata-tata... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Fun fact, mein Schneidstief wird sich jetzt komplett ändern. Ich habe zwar viele in letzter Zeit vielleicht nur noch angehört gemacht, genau, Swifty Wipes, genau. Und selbst schwitzen. Zack, 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 durch die Olga, durch die Olga, durch die Olga. Eigentlich bin ich ja jetzt ein Smurf, weil ich bin höherer Rang, aber ich spiele trotzdem das da. Also ich brauche jetzt erstmal einen Boost. Ja genau. Ja, jetzt bin ich sogar noch alleine, weil ich einen guten Team mit habe. Ne, ich bin nicht alleine. Swifty ist alleine. Schnappt er sich? Und drei, pass bitte, pass. Schuss. Cooler Schuss. Ja, so bin ich nämlich Ranglos. Aber es wird manchmal gespielt. Ich brauche zehn, damit ich endlich in Rang komme. Joaah, der geht, der hat aufgegeben, ne? will ich. Datsache. Somebody boost. Datsache, die will ich nicht unternehmen? Datsache, die will ich nicht unternehmen? Oh nein, fun fact, falls jemand von euch mal einen Fan erzählen will, ne? Ich schwöre, ich würde das ja nur so um die 100 Credits werden, aber ich würde mehr geben. Das schaffe ich, das schaffe ich, ich glaube nicht. Okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Tüch. Das gab meine erste Runde, nur by the way. Ja, sicher. Ne, so nicht. Ja, ist ein bisschen mein Fehler. Da sollte er rein gehen. Da geht er auch rein in die Olga. So. Ja. Soll ich nachher noch ein Gold-Game spielen? Scheiße verkackt. Ich bin kind of rusty. Ich gehe da vorne. Ist das so knapp? Sag ich, wie es ist. By the way, äh, mein Artwork ist im Fall noch nicht gedings... gestoppt. Ne, keine Angst. Es geht noch weit... Also das nicht mehr, aber ich werde... Ich habe jetzt ein so guter Small-Tribe-Sriver gefunden. Auf dem ich doch hier weit... Lag. Ich habe auf jeden Fall ein guter Small-Tribe-Server gefunden. In dem ich Small-Tribe-Solo-Zocken werde. Small-Tribe heißt, dass nicht nachher zwölf Fits-Buben mich raiden. Das ist so ein Hacker. Das war kein Hacker, ja, das gibt es zu, aber es war einfach ein Cheater. Das hat nichts getan, was illegal ist, und gut. Aber er hat... Vom Admin... Ich kann euch... Den Discord aufs Mikro... Darf ich nicht zeigen, was noch so ist gestrikt. Erstmal... What does that? Aber auf jeden Fall... Der hat... Der Admin hat da wirklich Geld... 20... Euro... Oder Franken... Oder Franken... Wie man sagen... Oder eben will jetzt... Hat er sich gegönnt... Für Kreativ... Und ich glaube nicht, wie viele Käufer das waren. Es sind... Jetzt hat man sogar noch im offenen Bild gezeigt. Es waren irgendwie so 19 Käufer. Und auf dem Server sind gerade mal so... Immer... So circa... 50 Spieler online... Äh... 50 Spieler sind circa... Waren... Drauf... Online täglich. Da denkt man sich... Moinsen! Warum? Bei der... Ich kann nicht so noch einmal den Tripod zeigen. Das ist das Ding. C4. Der... Der hatte nicht wenig, ne? Der hat irgendwie das 20, 30 zu viel. Und das kann man sich halt easy cheaten. Wenn man keine Lust und Laune hat. Das von dem geht... Game-Mode. Und... Da habe ich gerade gesehen... By the way... Der hat ne... 300er Pump... Das ist das Maximum... 300er... Das ist das Maximum Pump. Das habe ich nämlich gesehen. Denn... Das ist... Das ist... Das ist eben das Creative Kit. Nicht nur... Nur... Nicht nur der Creative von. Das ist schon schlimm genug. Man bekommt auch noch ein komplettes PvP-Set mit Full Imprinted. Ein komplett... BVP-Set heißt... Flak... Einmal komplett. Mit ne... 5... Mit ne... 2k durability und... Und ne... Das ist irgendwie so... Das Ding... Dings hier... Knappe... 1000... Schutz... Dann sich hier gab's nochmal... Bauarbeiterhelm... Und... Und... All das ich wüsste... Ein... Combo... Ne... Pump... Und ne... Fabi... Das ist alles, was man eigentlich so für normal PvP braucht. Das ist illusionisch... Ich sag's wie's ist! Was heute auch... Ne... Etwas sollte auch noch ein Match talken und soll ein ganz kurzes Informationsvideo sein. Also... Eigdisciplinary warum ich eine Arz ausgabe. Tschüss! ich könnte euch jetzt auch mal die challenges zeigen die es da gibt jetzt auch das schon einmal gemacht gewinne zehn spiele können jetzt machen das ist jetzt auch noch mal nicht mittlerweile das heißt der basic air dribble doppelt auch scheiße das ist der basic double cup den kann ich jetzt machen weil er ist ganz gut aber jetzt blamier ich mich natürlich wieder ich schwöre ich blamier mich ok jetzt kommt ich glaube ich weiß ja ich habe mich zurzeit der jubel ich finde das mittlerweile schon ganz juicy da will ich jetzt meistens lassen dass mein partner schießt weil ich einfach keinen guten winkel habe da habe ich mich auch wieder blamiert ne scheiße ich treffe halt die Olga nicht ob ich jetzt blamier dich nicht blamier dich nicht ein double tap äh triple tap sogar geht er noch rein da würde ich jetzt mit Timo zwischendurch rein machen aber aus dem flex steaks ich kurz ich muss sagen ich will das gar nicht so richtig so kann ich nicht Bis zum nächsten Mal.